Ähm... Es scheint ein wenig laut zu sein! Was zum Teufel? Ketten singen was Sucker oder was? Vielleicht Mitte? Boah... Eine Güte! Äh... Oh Gott! Noch mehr von dieser Masse! Äh... Da müssen wir anscheinend nicht hin, deswegen... werde ich genau das tun. Dieses betrothliche... Scheißlicht! So, komm! Ja... Nicht einen kleinen Scanner aufhalten! Ja, ist eins aber noch weg! Ist das? Textlog? Ah ja, okay! Ein Textlog über Buchau... Oh Gott! Oh Gott! Ja, das ist gut ordentlich! Was ist das? Da ist irgendjemand... Da! Oh Mann! Man ist langsam auf dem Dingern! Oh Gott! Was passiertles... Ist das Ding die von Menschen! Ja, ich werde dich von der... Leid erlösen! Er ist verloren. Sorry, Kumpel. So, wir müssen hier. Ja, dann check ich nochmal schnell den brauchen wir. Die wollen mich doch ärgern! Mann, das ist auch... Was ist das denn? Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich krieg ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich geh jetzt zur Brücke und dann suche ich Elisabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Schatten! Ach, das Ding. Was? Mein Gott! Ah! Okay, komm. Jetzt noch mit Blut an den Wänden. Ganz langsam. Tritt nehmen, zurück. Es würde mich echt erleichtern, wenn da mal was kommen würde. Wenn da nichts kommt, ist es noch viel Kurslieger. Ach komm. Ich meine, wir werden kleine Mädchen zu stücken. Oh nein. Nein, komm. Oh nein, nicht lang! Äh... Okay. Das war jetzt nicht gut. Aber jetzt. Das war jetzt nicht gut. Aber jetzt. Was? Da muss ich hin. Hier ist nichts mehr. Okay. Dann schnell weiter runter. Das ist eine Energieknotentür da hinten. Detekte Töne. Hier ist Glibberzeug. Das war jetzt noch nicht mehr so. Ich schaff' es nicht mehr an. Nachsch сама. Schon etwas als Wann. Ich war jetzt, w ком war. Ich war jetzt nicht mehr so. Oster wie sie nicht. Ach 넓! Die kleinen Missfecher können echt viel Leben abziehen. Und bloß ausziehen. Schauen wir mal schnell rüber, die Energieknotentür. Aufmachen? Ripper King? Auch wenn ich keinen Ripper habe, das möchte ich dennoch mitnehmen. Das können wir ja wegwerfen. Ah, ich bitte dich. Das war mal. Der war auch nicht viel wert. Kann ich den benutzen? Nicht. Und das hier bitte? Ja. Gut. Wir müssen hierbleiben. Vielleicht kommt da irgendwann ein Nekrom auf raus. Und... ...nimmt auch weg. Wofür er auch immer ja Passenmanager nicht benötigen könnte. Was? Was? Der hat da hingelaufen? Das ist ein Kasten. Oh 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 oh! Ich bin zwar kein Fan von Splatter aber... ...das lass ich mir nicht entgehen. Ja, das war's. Das können wir ändern, dass wir kein Klazahn für Flammenwerfer haben. Okay. Der gute alte Flammenwerfer. Warum kriege ich Plasma-Hilvergie? Wollen wir nicht. Was kommt mir bekannt vor? Sind wir wieder... Ah ne, Anklebssteuerung. Speicher. Das sieht nach einer großen gepanzerten Tür aus und ich glaube da wird mich einiges erwarten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist so ein... Was ist das denn für das Spiel? Oh, das ist doch ein Witz. Ja klar, sich mit der Kiste bewerben. Mist. Äh... Das Teil! Ah! Na komm. So. So. Ich glaube das waren alle. Meine Güte! Wollen wir erstmal hier alles erkunden? Würde ich sagen. Platz hab ich noch? Ja. Ach Gott, hier... Wird doch bestimmt noch mehr rumliegen. Da seh ich doch alles. Klasse, meine Energie! Meine Fresse! Ah, hier ist doch... Hier ist doch irgendwo ein Chor oder so der mich ganze Zeit verfolgt. Und Musik abspielt. So. Ähm... Die Knoten? Wunderbar? Den? Haben wir eigentlich immer Platz? Warum eigentlich? Hm. Ja. Irgendwas? Nein. Gut. Was ist der? Okay, das ist jetzt... Was können wir denn... nach wegwerfen? Das ist ein Medipack beim Glauben. Na? Was ist der? Okay, das ist jetzt... Gut. Ich glaub, die Seite haben wir abgeklappert. Was ist das für ein... Sack? Ekelhaft. Ah, hier ist noch was. Schatz-Mack. 2500 Credits. Wollen wir davon noch mal vergeben? Ja, ein Medipack. So. Hier ist noch was. Das ist ja noch was. Gertenswert. Ja. Oh Gottchen. Warum denn alles auf einmal? Was kann das denn mitnehmen? Okay, komm. Ein Medi-Fact noch. Ich glaube wir haben alles... Dann lass uns mal tun, was auch immer hier zu tun ist. Antriebssequenz starten. Okay. Ähm... Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Locken, hier mal. Was? Was? Oh! Ähm... Stiff, stiff, stiff. Stiff, stiff. So. Ja... Was? Was? Heiliger! Weg, 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 weg. Nach, nach. Sammwerfer. Ah! So fort. Mal kurz ausgehen. Mein Gott. Was sind das für Massen? Ach, ich hab doch gerade... Strahl-Munition abgeholt. Ich brauch ich die nur wirklich nicht hier. Ich hätte gerne von meiner... ...mehr von meiner eigenen Munitionsart. Zündung bestätigen. Ähm... Okay, raus hier. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Geospat. Warte! Wir sind noch nicht hier sicher. Das Asteroiden-Abwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke zerreißen. Verdammt! Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Okay, so viel... ...wie ich verstanden habe, sind wir dann, glaube ich... ...durch. Für dieses Kapitel. Hoffe ich mal. Einfach nur noch zurück. Na, was heißt einfach? Christian? Christian. Christian. Das sieht nach einem ziemlich linearen Weg aus. Das gefällt mir. Warte. Kann doch sein, dass hier irgendwo noch einmal... ...auf den Dingern rumliegt? Er... ...seht mich da raus. Isaac! Isaac! Wo bist du? Ja! Ich bin's! Nicole! Nicole? Ah, sie ist sie doch noch am neben. Aber wie hat sie mich kontaktieren können? Ja. Ja. Er ist meine Maschinen rum. Oh. Ich glaube, das hier habe ich, glaube ich, ganz übersehen. ... 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